Mit einem Hochzieher starten wir jetzt in die nächste Runde. Toll, ich dachte, du sagst an. Nein, ich sag's heute mal nicht an. Lise ist ein bisschen angeschlagen. Tina müsste gleich wieder angestürmt kommen und uns freudig mitteilen, dass sie sich was zu trinken geholt hat. Ja, wir versuchen heute mal mit einer anderen Konstellation, wobei Renekta und Morgana bekannt sind, aber mit Darius. Wir sind gespannt, was die Jeschner so vorhaben. Die gehen auf jeden Fall direkt junglen. Also einer von denen. Ich hab noch eine Frage. Wer geht denn jetzt top und wer bot? Ich weiß nicht. Möchtest du mit Tina bot gehen? Ich geh top oder was? Oder du gehst wieder alleine bot? Ja, das ist top. Fände ich eigentlich angenehmer. Ich hätte auch junglen gehen können mit dem mal. Ja, kannst du doch später immer noch. Oh, ich bin ganz schön aus Atem, ey. Mensch. So, da muss ich auch diesmal gar keine 5 Gold warten. Das geht direkt auf. Wow. Freunde, wir haben eine Neuigkeit. Was denn? Uh, keine 5 Gold warten hier. Boah, ja gut, wenn du nur mit einem langen Schwert anfängst. Genau. Sag mal, muss Lisa, äh, muss Lisa, muss Tina den Saft noch pressen, den sie braucht? Oder wo bleibt sie? Ja. Oder vielleicht hat sie so einen Riesenschloss, in dem sie wohnt, dass sie erst ganz in den Keller muss, und sie in dem Turmzimmer wohnt. Keine Ahnung. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. So, dann mal los. Dann mal los. Tina, 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 Tina. Tina, Tina, lalala. Wo bleibt sie denn? Lalala, ihr kümmert euch unten dann um den Punkt. Pass auf, ne? Du bist jetzt nur alleine. Ja, 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 ja. Ich hab auch ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Na, da ist schon mal einer. Ach ja, Dario, äh, Darius. Der andere Vogel. Oh. Der andere Vogel ist ja im Jungle. Ja, so. Dann werden die sicherlich irgendwo gleich zu zweit auf einmal auftauchen. Wer war denn der andere Malzaha? Ja, dann hab ich Malzaha oben, oder was? Ach du meine Güte. Der wär besser eigentlich, wenn der unten bei euch wäre. Ja. Oder vielleicht ist der der hatte gerade eben auf jeden Fall Verbindungsprobleme. Vielleicht ist er auch gar nicht da. Das wäre natürlich noch viel geiler. Hallo, Tina. Sorry, ich bin wieder da. Willkommen. Bei wie vielen Minuten sind wir? Oh, zwei Minuten irgendwas. 80. Ja, ne? Äh, unten? Na, ja. Sie. Meine eigenen Creeps blocken mich hier voll. Aber guck mal, jetzt konntest du schon mal schön anfarmen. Ja. Och, jetzt krieg ich hier keine Last jetzt mehr. Ich raste aus. Da ist Malzaha. Und ich bin Level 3. Soviel zu dem Thema. Ich geh mal unseren einnehmen. Weil ich grad ziemlich weit gepusht hab. Oh, ich hab bei mir leckes Grad. Was mach ich? Farm. Ja, damit nur schriebs. Ja, damit nur schriebs, genau. So, ich komm jetzt glaub ich gleich mal zu euch nach unten. Der Set ist auch ganz vorsichtig. Ja, weil ich nicht da bin. Ich hab' den Punkt von denen eingenommen. Oh. 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 Wir sind auch hart am pushen, Tina. Naja, aber falls der Säck von da oben kommt, bin ich auch direkt da. Das ist ja wunderbar. Den Altar haben wir schon eingenommen, ne? Äh, ja. Okay, ich muss aber wieder hoch. Ja. Ja, guck mal wie lang, ey, die Scheiße. Äh, auch ne Scheiße. Was? Guck mal hier, voll die Scheiße. Ja. Äh, Malzaha, Miss. Zurück, 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 zurück. Und, okay. Och. Ich raste aus. Woo! Fuck, fuck, fuck. Malzaha auch unten? Hau ab! Was machst du denn, Tina? Ja. Danko. Ich wollte, ne, eigentlich, äh, quasi, ich, ich wusste genau, einer von uns beiden muss sterben. Nee, wusste eigentlich nicht, aber, naja. Denk dran, er hat noch seine passive. Also? Out attack! Ja. Ja, natürlich. Ach ja, ja, ich vergesse den, ich vergesse den Passiven von den Behinderungen. Oh. Äh, na gut. Wäre besser gewesen, wenn ich mich, äh, eingespächt. Äh, nee, egal. Dazu haben wir keine Zeit zum Einspielen. Keine Zeit. No time, no time. Ja, scheiße. Ja, scheiße. No time, no time. Jetzt hat er seit zwei Kills, ich fass es nicht. Uuuuuh. Da kann er sich ganz schnell den Gürtel des Riesens gönnen. Da ist er schon tanky ohne Ende? Er macht sowieso Quadrillionen-Millionen-Dumage. Oh. Ich nehm sie denn alle weg. Ja, so kommt mit mir vor, ey. Oh, nur wieder früh. Na gut, ne Meiserha is immer noch nicht da, aber in der Zeit kann ich hier geschmeidig farben. Ja, und in der Zeit haben die schon geschmeidigt einen Doppelkern als Fastblatt genommen, ey. Ich hab quasi die Lane gefreezed, so ungefähr. Ja, das ist doch wunderbar. Miest. Alles Miest. Wo sind sie denn? Haben die alle keinen Bock mehr, oder was? Doch, der ist da. Das ist supergeil. Ja, ist der Set schon Level 6? Ist ja in Ordnung. Ja, der ist halt allein auf der Lane, ne? Wir sind zu zweit. Ja gut, ich war unten eben bei euch auf der Lane, deswegen. Aber ich bin Level 5. XP geklaut? Ach du Scheiße, jetzt ist er schon wieder da. Ja, toll. Du wirst sterben. Ja, ihr seid aber da auch relativ am Pushen. Wir sind tot. Der ist schatt, der komische Esel. Ja, vielleicht geht der Malser Haarfarben, keine Ahnung. Oder der ist erst auf Core. Ne, der war ja eben schon mal da, so ist er nicht. Ja, das ist aber jetzt der auf Core. Zack kommt nach oben, ne? Na gut. Ach du Scheiße, ich sterbe. Oh mein Gott, oh nein. Wie doof bin ich eigentlich? Oh. Das fängt klasse an. Aber egal, wir können das gewinnen, Freunde. Wir können das gewinnen. Natürlich. Wir können alles, wenn wir das wollen. Oh. 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 Die Regenwürmer. Pass auf oben, Gina. Zett ist Mist. Und Zack auch. Mhm. Ja, ich hab nur gepusht. Ich wollt's grad sagen, hast du gut gemacht. Ja, fein. Ja, fein, ja, fein, ja, fein. Vielleicht versuch ich mal ein bisschen im Jungle was zu weißen. So weit vor. Ja, jetzt ist der Seko mehr. Ich glaub der andere Vogel ist, äh... Na, ich mag unehrenhafte Siege nicht. Aber bisher sieht's auch gar nicht danach aus. Ja, wollt ich grad sagen. Also sieht jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so danach aus. Ach, wir machen das schon. So, ja, der musste grade oben gegen pushen. Weil der Tauer... Ich geh jetzt nicht mehr so weit nach vorne, ne? Ja, das solltest du... Ja, genau. Ja, gute Idee, gute Idee. Dann solltest du vielleicht autoattentieren. Ich hab alles andere schon... Nee, ich hab schon alles abgefahren grade. Hab ich mir schon alles gegönnt. Bäh. Richtig gönnerhaft. Da! Gollams! Wann kommt der denn eigentlich wieder immer? Ich hab ja gar keine... Tina? Ja? Also sie steht da einfach. Ja, ich... Steh da einfach. Was soll ich machen? Geil. Ja, hier... Zumindest XP... Farben. Ich bin noch mit der Arbeit. Kann sein, dass der Zack jetzt hier kommt. Äh, der Zett. Ja, da ist er. Okay. Dann geh ich halt wieder auf meine Lane. Kannst du nur Last jetzt machen, Tina? Das wäre so wie... Wenn du mir die da nicht geklaut hast. Ich bleib einfach im Bus stehen. Boah, der Zett schon wieder, ne? Jetzt aber, Tina! Tina, Tina, Tina! Tina! Ich komm auch mal. Der kommt aber noch, der Zett. Reingeploppt. Oh nein. Oh. Ich meine Ulti erst. Wo ist der hinten? Ah, hier, kaputt schlagen! Schnell! Hallo? Was heißt der, kaputt? awage kaputt schlagen! Vindran! Nääää! Hääääääääääää! Hääääääääääää избä! Schön... schön schön. Tschulining! So läuft das hier... DizTO deus das leise. Ja, Jaz. Ich bin weg. Uaah.. Aber ich kann aber wiederkommen. Oh, schön, 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 Tina, schön, oh wunderschön, oh wunderschön, oh wunderschön. Da freut sie sich aber. Schon? Das war schon mal risky von mir, Arthur. Ich hol mal den Punkt. Nee, das war Kitzel, ehrlich. Jetzt können wir den Tower, glaub ich, kaputt pushen. Ja, den Punkt hab ich eingenommen, ich geh jetzt... Ja, was auf, weg, 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 weg. Ich geh jetzt oben pushen. Ja, ich geh jetzt auch mal weg. Nee, ich mach noch ein bisschen was im Dschungel. Tut mir super leid, wenn ich ab und zu mal schniefen muss, ne, aber... Voll abschneuzen hier, mal so richtig abrotzen. Abrotzen. So, ich geh gleich erst mal shoppen, weil es sich so lohnt. Hallaladihallal. Hallaladihall. Ob dafür, dass ich die ganze Zeit alleine war, ist meine Farm echt scheiße. Muss ich ja mal so sagen. Aber Zett ist sowieso ne Farmmaschine. Ich dachte, du hast so gut gefarmt da oben. Hm? Das ist eben gesagt, dass du so gut gefarmt hast. Ja, aber Zett ist doch sowieso ne Farmmaschine, dann musst du nix machen. Ah, jetzt ist Malzaha wieder da. Toll. Dann verlieren wir jetzt. Aber siehst du, der war wohl auf, genau. Ja, aber selbst der, obwohl er auf Cover hatte, 24 Creepkills, wie geht das denn? Was soll denn der? Was soll denn der? Ne, da ist ja Sek. Der hat dafür extra Smile mitgenommen. Ja, aber der hat ja auch dieses komische, was immer über den nächsten Minion. Das heißt, gekrüsselt. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich lasse jetzt. Nein, heißt es nicht, aber ich habe es so getauft. Das ist der, hallo, das ist der, wie heißt es denn? Der geprüfte Fachbegriff dafür. Irgendwas mit Leere. Gekrisselt. Leeren Gekrisselt. Sollen wir mal hochkommen? Dann machen wir den kaputt. Oh mein Gott, ja, wir kommen hoch. Scheiße. Ah, ich werde sterben, Hilfe. Ich komme nicht ran. Super, super. Hilfe, hallo. Sorry. Ja, ich kann hier eigentlich nicht nennen, welches. Ne, 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 ne. Weg, Tina. Was war das? Ja, ich hätte gedacht, ich hätte mich noch ein bisschen mehr. Ich bin der, ich auch. Mein Tag ist dann heute noch nicht so jans hier. Klingklong. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich musste dich jetzt leider da lassen, Lisa, weil... Ja. Ja, gerne. Oh. So knapp vorm Punkt so ungefähr. Ja, ja, ist so. Ach, ey. Allein. Ja, nix. Macht nix. Naja, an dem Punkt, ich hatte da, schade, ich dachte, ihr hattet unten den Tower auch bekommen. Nein, ich kann was. Dass er das geschafft hat. Da war der Zett, äh, Zett wieder da. Zett. Zett war da. Oder? Ah, ne, keine Ahnung. Du hörst ein bisschen aus dem Konzept, Tina. Ja, heute ist echt nicht mein Tag. Wer ist das denn jetzt? Ist Gott an allem schuld? Was ist nach dem Tod? Und hat das Leben einen Sinn? Dann kann es mein Schiff. Wer ist das? Ja, es hat ja gerade geklingelt an mir. Geklingelt? Ja. Hab ich nicht gehört. Hä? Ja, aber die Leute auf der Aufnahme. Ja, das war halt die nette Frau von der Tür, die dementsprechende Fragen gerade, die Future gerade vorgelesen hat und uns eine Broschüre gegeben hat. Ach so, haben euch Zeugen besucht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt Zeugen waren, aber irgendwelche. Das steht aber doch schön drauf, guck mal. Bei uns waren gestern auch welche. Äh, ne, ich glaub sind's nicht. Was gibt's denn noch für welche? Ach, genug. Die, ähm, an Türen klingeln. Außer Zeugen. Da gibt's ganz viele. So, wir müssen aber irgendwie dominieren die uns so ein bisschen sehr. Wir kriegen das schon hin, wenn Tina wieder so eine gute Aktion wie gerade gemacht, wie sie gerade gemacht hat, bringt, dann, äh, können wir das Spiel ganz schnell drehen. Weil das war ja nicht wirklich gut. Pusht er jetzt noch weiter oder kommt er jetzt zu mir? Ich geh jetzt erstmal in die Base. Ja. Back to the Base. Mach dir mal einen schönen Tee. Genau. Koch mir doch ein Süppchen. Ja. Und so. Och, einfach so. Gemütlichkeit. Ach, grüß dich. Siehste, da ist ja schon ein riesiger Fettsack und hat einen Sonnenfeuerumhang und schlägt alles kaputt, weißt du was ich mein? Ja. Aber auf der Map, ähm, Dings mit so Nimm, ey, der will jetzt hier pushen. Vielleicht hier etwa Quatschmann. Äh, der kommt vielleicht jetzt zu dir. Hier ist noch so ein Set im Busch. Ja, der kommt jetzt aber auch noch ein Sack hinterher. Passt auf, meine jungen Freunde. So, und geht ihr nach? Sollen wir da mal dran, da? Da kommt aber noch ein Sack. Oh nein. Ach, tu scheiße. Warte, oh. Ja, klasse. Das ist nett, weiße, das ist nett. So, alte. Jetzt wär's fast aus mit der Außenplatte. Alter, lass mich in Ruhe, beruhig dich mal. Ne, lass, lass, lass. Nicht greedy, greedy. Greedy, greedy. Er kommt einfach auf einen zugesprungen, dann ist man tot. Hübt dir einfach ins Gesicht. Oh. Kann man gar nichts machen. Nichts. Boah, wieso hat er denn schon so viel Leben? Das nervt. Achtung, vielleicht kommt er gleich viel runter. Ich muss mal eben shoppen. So. Zack. Das ist nicht jod, Mädels. Das ist nicht jod. Wir können eigentlich nur gewinnen durch pushen. Nein. Eigentlich sollten wir auch mehr gewinnen. Ich sollte auch mehr gewinnen. Ich hab keine Ahnung, wo das sind die. Hier. Ist was. Äh, Moment. Ich komm gleich wieder. Ach, mein Hütchen. Mütz. Ja. Ohne. Jetzt ist Malsaha wieder da. Aber der ist Level 6. Eigentlich müssten wir den jetzt mal kaputt schlagen. Boah, das wär voll hinterher. Wir können uns mal höher dann im Hoch fahren. Ja, deswegen sag ich ja. Ja, der ist natürlich auch nicht blöd. Das ist zwar eigentlich Asi, aber... Wir laufen jetzt voll in den Falle rein, glaub ich. Nein. Ihr seid war doch gar noch unten. Ja, der kann aber... Bleib mal hier in der Nähe, Lisa. Ach so, der Zett kommt. Ach so, der Zett kommt. Da ist er auch schon. Ja, ich glaub, der hat doch schon wieder... Der Malsah hat schon wieder... Ah, ja, natürlich. Oh nein. Guckt euch das an, ey. Wo war der denn? Wo ist der hin? Das ist Zett. Der sollte verboten gehören. Scheiß Champion, ehrlich. Oh. Wie ich das aufricht. Echt jetzt. Die haben so nur Dings. Und alle tot. Oh mein Gott, Tina. Das war wieder wunderschön, ehrlich. Scheiße. Nein, ich bin rausgegangen. Ich wollte aber mein Hütchen machen. Ich hab auf der 5. Scheiße, ich muss auf meine 2 machen. Ansonsten geht das nicht. Das kenn ich das Problem. Was? Das kenn ich. Ich hab mich hinterher geflasht. Ey, ist der eigentlich behindert? Da wird er so verwirrt. Du willst nicht anders wissen, ne? Oh, jetzt aber schnell. Oh, der hat's nicht geschafft. Der hat sich backgeportet und nicht geschafft. Göttlich. Das war super geil, ehrlich. Der hat sich da drauf backgeportet. Aber das muss ja sein. Aber er wurde nicht von dir verhauen. Das war jetzt echt witzig. Hat er gedacht, könnte er sich gönnen? Hat er sich falsch... Hat er falsch gedacht? Sind wir mal so super cool und vorhatten uns hier drauf backgeportet? Nimm den gleichzeitig dabei. Dann war ich rechtzeitig da. Sonst hat er vielleicht geschafft, den Punkt einzunehmen. Nein. Aber kämpfen wollte ich nämlich eigentlich nicht. Wollte ich... Kämpfen wollte ich gegen den nämlich eigentlich nicht, so. Oh, Tina. Los jetzt. Jetzt müssen wir schnell. Schnell, 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 schnell. Ja, der Meilsacher ist da auch noch, ne? Aut attacken sie. Ah, ist schön. Oh, cool. Jetzt kann ich mehr. Oh, fuck. Nicht. Shit. Warum denn immer auf mich? Ich hab grad nix über die, ne? Oh, der ist auf ihr. Egal, wir haben einen Tower und die nicht. Hä? Na ja. Das war die Meilsacher-Ulti, die auf mir drauf war. Vielleicht haben die jetzt gleich auch einen Tower. Nein. Wer weiß. Ja, ich glaub schon. Oh, ja. Nimm den Meilsacher an, nimm den Meilsacher aus. Pass auf die Pfütze auf, du musst aus der Pfütze raus. Ja. Wir sind gleich wieder da. Sieben Sekunden, halte durch. Voll dem Meils. Warum hat denn der so einen Schaden dabei gemacht? Das verstehe ich ja nicht. Weil die Pfütze, glaub ich, mehr Schaden verursacht, je länger du drauf stehst. Deswegen castet man die Pfütze auch über die Multi. Jetzt hat der unseren Punkt eingenommen. Vor 10 Trillion Damage. Oh, geh mal vielleicht schnell hoch. Oder ich schnell hoch? Ich muss sehr hoch. Ja, pass auf. Hier ist noch was. Ja, aber ich muss back. Back to the base. Ja, die haben beide Punkte jetzt eingenommen. Ich weiß nicht, was die da für ein Spielchen... Aber wir haben einen Tauermär. Ja, aber der Meilsacher holt halt auf. Ich weiß echt nicht, was das für ein Spielchen ist, was die da treiben. Ja, aber der farmt sich gut hoch. Und wir sind immer alle nirgends. Und deswegen... Komm mal hoch. Was hat denn der? 50 Lars jetzt. Ja. Fast so viele wie ich. Und ich hab kaum welche bekommen. Weil die Gliese alles abgegrafen hat. Achtung, hinter mir ist ein Set. Ja, ich bin aber auch noch hinter dir. Ich bin auch da. Lass mal den Malzahal. Malzahal. Ja, lass mal hier pushen hier oben. Also ich stehe hier unten. Also von hier können die euch eigentlich nicht umlaufen. Ja, die sind bestimmt da in dem Busch. Jetzt aber, jetzt aber. Tina. Schön, und den nächsten. Alter, ich hab den jetzt. Bitte, bitte, bitte. Chill. Wir haben überlebt. Hey. Haut ab. Oh Gott. Pass auf. So. Hab ich erledigt, Mädels. Zapzerab. Schnipp, schnapp, Pimmel ab. Und, äh. Nice. Was? So, jetzt nur den Tower. Nur den Tower. Ja, aber am besten kann der Tina nur angreifen. Ja, deswegen. Los, Tina. In 10 Sekunden hab ich meinen Grab wieder. Dann musst du den da rausholen. Oh nein. Okay. Ach, du Scheiße. Ich muss durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Mann, wenn ihr da vorne. Scheiße, sind wir weg gewesen. Okay, wir müssen hier weg. Weg, 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 weg. Der hüpft gleich einmal auf euch drauf. Ich hab meinen Grab wieder. Und ich hab alles ready. Oh, was? Das ist doch echt so. Oh, das war ein Millimeterchen. Mensch, Maria und Josef hier. Der kommt hundertprozentig hier reingehübt. Oh. Und sechs. Mädels, das war gut. Was kaufe ich denn? Kann nur besser werden. Oh, Botline. Botline. Ich nehm' versuch' erstmal unseren Punkt einzunehmen wieder. Lass dich nicht erwischen. Ja, vielleicht kommt jetzt gleich ein Sack. Set auch, der ist miss. Ja, der ging nur hoch. Dann geh' ich auch hoch. Los auf den Set. Komm. Wolltest du da jetzt drauf? Ja, los. Ja, dann geh' du von unten. Ach, hier unten. Ja, ne, siehst du, der dreht ab. Nicht hinterherlaufen, das wär'n übelster Bait. Wir müssen den Punkt von denen auch einnehmen. Oh, oh. Vorsicht, ich bin nicht da. Nicht jetzt. Wartet. So, nimm mal einer den... Ich bleib', ich nehm' mal den Punkt ein, Tina, du bleibst da. Ja. Nicht, dass sie die Spinne machen. Mit dem das zu taus zu zweit. Da kommen sie. Auf den Set, auf den Set, auf den Set. Wo ist er denn? Woll. Bin dran, aber der hat sich rausgeflasht. Ja, eigentlich nicht auf den Set drauf. Doch, auf den Set. Ja, klar, auf den Set. Hab' ich, hab' ich, hab' ich. Hier, der ist gegrüsselt. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, Gott. Jesus. Weg, 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 weg. Oh, mein Gott. Lauf, Lisa, lauf. Aber wir haben den Altar nicht. Ja, das ist ja nicht schlimm, aber wir haben dafür beide gekillt und keiner von uns ist gestorben dabei. Das war wieder schön. Ich hab' auch geyield für euch, heldenhaft. Alle bitte geyield. Du bist super. Du bist die Healerin. Wuhu. Wuhu. So. Wie lang sind die jetzt tot? Zehn Sekunden ist der Set noch tot. Sek. Sek, Set. Das ist scheiße. Hey, achso, ich kann nichts brauchen. Ich? Ich toleriere keine Feigheit. Ey, ich hau' ja jedes Mal voll in die Tasten, dass ich irgendwie dann auf die Hydra noch zusätzlich aktualisier- ähm, starte, weißt du? Ja, ja, ja. Hihi. Set ist hundertprozentig da drin. Wäää. Ne, der ist oben. Sollen wir nochmal treten? Ja, das schmeckt mir. Ähm, ja. Äh, nein, ich weiß, keine Ahnung, wo sind die denn? Wir haben den Tower, das ist unten der voll. Ich muss noch kurz ein bisschen... ...bisschen warten. Oh oh. Machen die die Spinne wohl? Guck doch mal, ne? Ne. Ne, Ecclidflunt, der geht es gut. Der geht es gut. Soll ich mir auch eine Hydra kaufen? Warum nicht? Gib dir noch Lebensraub dazu. Mh-mh. Du, ach ne. Äh... Was machen wir jetzt? Da ist der Set. Tina, kannst du ganz schnell unten pushen? Da ist aber... Komm, wir machen Druck. Der hat mich verlamsamt. Verlamsamt? Ja, der geht vielleicht jetzt zu Tina. Pushst du da weiter? Ja. Ah, ne, die sind auf einmal alle. Ich pushe jetzt ganz schnell oben. So, und ich bin ganz schnell tot, instant. Ich halte die hier unten so ein bisschen auf Trab. Die kommen jetzt, ne? Ja, die kommen jetzt. Du musst weg. Beeil dich. Du musst weg. Ich kriegst du die noch. Die kriegst du nicht. Den kriegst du noch? Nein, du kriegst du nicht. Nein, einen noch. Oh, komm, noch eins. Okay, aber du, jetzt wirst du wohl sterben. Egal. Egal, wir haben eine Tower. Aber wir haben Tower. Wir haben mehr gepusht als die. Vielleicht gehen wir ja doch mit pushen. Ich muss oben deffen. Ich bin jetzt gleich wieder da an 16. Musst du unten verteidigen. Ey, so schnell konnte ich ja nicht schon mal in mein Hufhütchen drücken. Alter, ulti, 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 ulti. Oh mein Gott, am Tower. Und wer wird von dem... Ja, das ist die Tür. Hä? Nicht aufgeben, Mädels. Alter, die haben mich voll zersammelt am Tower. So ungefähr jetzt... Bettina, ein Stundenglas! Jetzt drückt er die ganze Zeit drauf! Mann! Die machen jetzt mal eben Ende. Kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, dass mein ganzes Ding leckt jetzt hier gerade so ein bisschen. Ja, was ist denn gerade hier los? Ganz ehrlich, ich hab die ganze auf meine Spei gedrückt und es ging nicht. Die killen dich am Tower. Hast du keine Chance. Ja, guck mal, der Set, der geht doch als Ergen rein und dann, ja. Wie, ne? Das ist lächerlich. Ja, keine Ahnung. Irgendwie fühl ich mich gerade so ein bisschen getrollt. Ja, jetzt erst recht. Den Rekord. Der ist die ganze Zeit AFK. So weiß ich, die machen nichts. Und macht jetzt so einen Hallers. Ah. Naja, okay. Verkackt und damit dann auch Tschüss. Tschüss.